welchen zauber könnte ich den mann nehmen wo wir die vertenz tanzt er da da hinten hockt einer guckte den da an wird nur die richtige musik musik wahrscheinlich wahrscheinlich singt oder tanz dazu hey matrosen hey matrosen gucken was bist du denn für eine matrose ist es ja auch noch